Ja, komm. Ha! Wir sind quasi direkt hier nochmal rausgekommen. Warum kann ich nicht zwei oder drei Schiffe von mir selber mitnehmen? Herzlichen Dank jederzeit. Gratis aufladen und reparieren. Handeln. Gib mir alles, was ich brauche. Verkauf euch alles. Was hast du an Waffen? Was hast du an Waffen? Laser. Mini-Bombe. Mittlere Gesundheit. Was können wir uns leisten? 240? Ja, das können wir uns auch beides leisten. Dann holen wir uns das. Und. Wieso? So. Dann schauen wir doch mal. Was jetzt hier. Sache ist. Weil irgendwie regt mich das ein bisschen auf, dass ich hier einfach so geplättet worden bin. Kann ich die etwa hier schon platt machen? Okay, und zurück nach Hause. Hier ganz schnell weg. Okay, und zurück nach Hause. Hier ganz schnell weg. Boah, das war sehr knapp. Das verkaufen wir auch mal. Ich hab keine Lust da irgendwie. Kein Geld zu haben. Dann gehen wir mal nahe ran. Wobei, das ist gar nicht der Planet, den wir brauchen, ne? Okay. Oh, hero. boom hoffentlich schaffen wir es noch ich glaube zwar nicht dran aber schnell weg hier das war es dann oh gott gut dass wir immer wieder geboren werden wo auch immer wir jetzt gerade wieder geboren werden ja komm achso auf unserem heimatplaneten ja den erkennt man schon mal bisweilen nicht achso die könnte man mal besuchen auf umwegen natürlich schließlich können wir uns von denen ja noch ein schifflein na toll es ging so schnell vorwärts achso moment wir waren ja deswegen an das schifflein lebewohl danke und was habt ihr so danke dass du mich empfängst handel nichts danke das ist nämlich meiner hier das ist jetzt hier glaube ich meiner wieder ja das ist wieder meiner bin ich jetzt schon wieder kaputt gegangen ja dank der kronen materie ach ich habe schon keine lust mehr ach das darf doch nicht wahr sein ja ja planet bad moment bin ich jetzt hier in der nähe wenigstens vom eigentlichen dahin wollte ich das ist meiner so nein das ist nicht meiner das war deren planet Halleluja, ey Was sind das denn für Kriegstreiber? Ja, was haben wir? Sofortige Hilfe Schon wieder Das darf nicht wahr sein Das steht hier unter dem schlechten Stern Habe ich die so stark beleidigt? Bum 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 Wofür habe ich in den Laser geholt? Hallo Zaaack bum Ich glaube das ging jetzt schneller Na Oh Gott, und das dritte ist da So Entschuldigung, dass ich so still bin, aber Äh Ich habe keine Lust, dass mir hier wegen eines Ah Zack Wegen irgendwelchen Ja klar Meine Hilfe hat wieder mal den Tag gerettet und ich bin gerade so überlebend Oh Mann ey Wo ist denn dieser Zufriedenheitsstrahl? 200.000 Ja vergiss es doch Och Mann Wo ist denn Wo ist denn der gelbe Planet? Äh Das Gute ist, dass man hier wenigstens nicht wirklich sterben kann So So und den hole ich mir jetzt wieder Koste es so viele Versuche wie es wolle Wir sind jetzt auch schon wieder 25 Minuten dran, soweit ich das sehe Das Wird lustig, ich stelle mich denen jetzt einfach Das ist mir relativ Das Kriege ich besser hin, wenn ich die Schiffe abknalle Die mich hier die ganze Zeit Penetrieren So und wenn ich mir die einzelnen vornehme Ist es Sowieso besser So viele zu einzeln vornehmen Und schon bin ich wieder tot. Ja, wir haben diese Szene jetzt schon so oft gesehen. Gut, dass es keinen Ladebildschirm oder sowas gibt. In dem Sinne zumindest nicht. Wo wir schon gerade da sind. Planet Bart. Wo ist denn jetzt hier? Ja genau, jetzt holen wir uns erstmal hier da. Freund, 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 Freund. Freund heißt Schiff. Man kann sich ja... Seid gegrüßt. Diplomatie. Könnt ihr mir eins deiner Schiffe leihen? Danke. Und dann suchen wir mal zur Abwechslung was. Oh Mann, wir kommen hier keinen Schritt weiter wegen der Kacke hier. Äh, wo haben wir denn was jetzt erstmal? Suchen macht irgendwie mehr Spaß als anzugreifen. Ich weiß nicht. So, Fracht. Was haben wir denn da Schönes? Buch der Wissenschaft. So. Da ist mein Heimatplanet. Und da greifen wir an. Achso, das ist jetzt das Rote. Ja, dann lass mal das zuerst. Ach nee, jetzt werden wir schon wieder sterben, oder? Obwohl. Einfach mal übernehmen. Das war ja auch unserer. So. So. Schauen wir mal, was wir machen können. Wie wäre es damit? Geschütz. Geschütz. Und damit war es doch schon. Terrorscore zu niedrig. Ähm, reparieren, aufladen, Handel. Hier kommt es auch der Freundesstrahl 200.000. So, jetzt sind wir zumindest die hier schon mal los. Jetzt haben wir zumindest einen Planeten wieder mehr. Dann, wo ist... Ja, vielleicht habt ihr... Oh, da ist was. Danke, dass du mich empfängst. Aufladen, was hast du an Handel? Das ist gut. Das nehmen wir uns mal. Können wir nicht... Verkaufen wir erstmal das hier. Dann können wir uns das hier kaufen. Und hoffen wir jetzt einfach mal... Was ist hier? Kein Freudestrahl. Aber... Ähm, was haben wir denn hier? Wetten, das sind jetzt irgendwelche Piratendeppen. Ach, Moment. Bei denen können wir auch ein Schiff abgreifen. Nein, hier ist tatsächlich was. Ich muss es nur finden. Was habe ich jetzt gefunden? Schriftrolle der Ordnung. Fünf. So, zack, zack. Achso, Moment. Und wieder zurück. Erstmal hier genau. So, ihr wollt doch nicht hier. Wie sieht's aus? Diplomatie. Eines eurer Schiffelein. Herzlichen Dank. Jetzt sind wir zumindest schon mal zwei Schiffe mehr. So, wo haben wir den eintreffenden? Achso, wo haben wir den eintreffenden? Aha. Da ist meiner. Erstmal den hier. Waffen. Oh, jetzt habe ich die Kolonie kaputt gemacht. Na, herzlichen Dank. Das wollte ich eigentlich nicht gemacht haben. Wo ist es jetzt hin? Na gut. Ähm. Ja, wir kommen später hier wieder zurück. Ökosystem. Ja, dann helfen wir doch. Es geht darum, dass wir den Ökosystem wieder... Also, wir müssen wieder Tiere töten. Dann schauen wir mal den Laser auswählen. Welches davon? Irgendein soll jetzt plattgemacht werden. Bringe ein Swoot hier. Achso. Wohin? Bart. Wump. Wump. Wump.